Weil wir sind ja auch voll Noobs. Ey, warum rennt meiner eigentlich wieder weg? Der Torwart beim Gegner steht auch immer genau da vor und dann prallt er ab. Halli, hallo, hallöle, willkommen zu einer neuen Woche FIFA 15 Ultimate Team mit unserem Gold Set. Das war dann bekommen. So, ich hoffe mal, das ist nicht gerade viel, aber hier ein Chemistry-Style-Mittspieler, Hunter. Macht so ein bisschen Tempo und Schuss hoch. Na ja, gut. Vielleicht brauchen wir es erstmal als ein Verein. So. Letzte Woche ist ja uns einmal mein PC abgekappt. Ist unten genau, ist mir einmal der PC abgekappt. Deshalb nehme ich jetzt wieder ein bisschen später immer auf, dann dürfte das eigentlich gar nicht passieren. Normalerweise. Weil dann hat er genug Zeit, vorher abzukappen. Hm, okay. Okay, okay, okay. Spieler. Schon wieder am Ende. Verbrauchst das Objekt anwenden. Vertrag. Viel Spaß. So, hier. Bums. Ich habe kein Vertragsschub oder was. Ich kann hier kein... Nee, kann ich nicht. Schade. Das heißt, der Manager muss erstmal hier raus. Habe ich vielleicht noch irgendeinen Ersatz? Na, den. Naja. Lassen wir es erstmal so. Und wir suchen einen Gegner. Am besten ganz schnell. Aber das wird ihnen nie was mit schnell. Oder doch. Danke. So, ich glaube, das ist sogar unser letztes Spiel in der Saison. Das heißt... Ja, gut. Dinge passieren, die passieren. Man kann es halt nicht ändern. Oh. Vielleicht steigen wir ja noch auf. Was sind das für Geräusche, wenn ich hier Knöpfe drücke? Menschen's Kinder. FC irgendwas. Irgendwas. Gegen... uns. Wir spielen hier jetzt ein bisschen Bandenfußball. Immer hin und her. Aber er kriegt auch nichts hin. Das ist schon mal ein Vorteil für uns. Weil er bekommt nichts hin. Das war nix. Das war nix. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich habe so das Gefühl, der kann aber auch nicht richtig spielen. Ja, ich habe gesagt auch. Weil wir sind ja auch voll Noobs. Ey, warum rennt meiner eigentlich wieder weg? Der Torwart beim Gegner steht auch immer genau da vor und dann prallt er ab. Aber bei mir fliegt der Ball immer direkt rein. Denn immer voll daneben. Guck da. Einfach so vorbei am Torwart. Komenzunja. Weg damit. Das war abseits. Leider. Ich meine, ich sage dazu ja nix. Zwei abseits, aber trotzdem. Ah. Jetzt schießt den Ball doch mal weg. Nicht immer zum Gegner. Also das meine immer zum Gegner spielen. Ist schon schlimm. Pfff. Früher haben die immer noch so schön abgepasst. Selbst wenn ich nach vorne gelenkt habe, weil das ja eigentlich zum Laufen mehr ist. Finde ich. Ja. Ich meine, irgendwie muss ich ja auch steuern, dass er läuft und irgendwas hier steuern, dass er schießt. Finde ich so ein bisschen. Aber irgendwie stehen immer keine von mir da, wo sie stehen sollen. Und dann rennen sie immer in den Gegner rein. Ist denn jetzt schon wieder? Boah. Blickt da mal einer durch. Ich habe manchmal so das Gefühl, die Pfeifen aber auch abseits, wenn gar kein Abseits ist. Oder die Pfeifen einfach faul, wenn kein faul ist. Komm jetzt aber. Wie oft haben wir eigentlich diesen... ...diese verdammten Pfosten schon getroffen. Kann mir das mal einer sagen? ...verzweiflung. Wir haben auch den Pfosten schon öfters getroffen als... ...als das Tor. Diesen verdammten Let's Play. Dann faulen irgendwie meine Spieler zwischendurch auch mal den Gegner, obwohl ich da gar nicht mehr dran bin. Ich werde danach wahrscheinlich erstmal eine Singleplayer-Saison machen. Ich muss mir erstmal ein bisschen reinkommen hier auf die Gegner. Das geht gar nicht. Selbst wenn ich jetzt vielleicht doch noch gewinnen sollte. Ecke. Wie viel Nachspielzeit gibt es jetzt noch? Fünf Minuten. Noch mal eine Ecke. Ich werde erstmal eine Einzelspieler-Saison machen. Wenn nicht, wie gesagt, falls ich gewinnen sollte. Trotzdem. Also, ich glaube nicht, dass ich hier noch gewinne. Kennt mich ja. Ich bin ja voll pessimistisch hier langsam. Bei dem Spiel auch kein Wunder. Und jetzt pfeife ich einfach ab. Danke. Halbzeit. Gnapp. Naja. So, jetzt müssen wir warten. Oder auch nicht. Mann, Mann, Mann. Ich erhoffe mich einfach nur von der Einzelspieler-Saison. Was die ein bisschen einfacher ist. Tor. Das musste einfach rein. Das musste rein. So, Patrick-Helmes. So, Patrick-Helmes. Deine. gaz, das hat zu sein. Halt doch mal den verdammten Ball. Mein Torwart, der ist aber auch total für den Arsch, habe ich so das Gefühl. Was ist das für ein Gold-Torwart, ich glaube es war ein Gold-Torwart, ne? So, dann mach weg. Hm, ein Wurf, das war nicht ganz Ecke. Jaaa. Tja, wer ist der Boss? Ich bin der Boss. Naja, fast wenigstens. Weil, so wie ich die Gegner kenne, oder am besten meine Spieler, die verkacken es ja wieder. Ja, hab ich gerade gesagt, ne? Das ist total unlogisch. Das ist so ne Spielreise. Das ist total unlogisch. Komm, mach. Mach einfach. Was hier ein bisschen irritierend ist, ist, dass mein Torwart ein grünes Trikot anhat. Wir sind jetzt schon wieder. Wir sind doch einfach weiter laufen lassen können. Ja, so hat nämlich jetzt der Gegner den Ball. Ja, aber auch nur, weil der Scheiß abstoß wollte, der Schiedsrichter. Das wird mal ganz normal weiter gespielt. Und da wär gar nix passiert. Gar nix. Wenn er schafft es gar nicht, so einen Spitzenwinkel in ein Tor zu schießen. klar war das abseits logisch ist ja alles abseits hier daneben 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 jetzt war natürlich einer zwischen sind meine spieler ich verstehe das immer nicht totaler angriff und so ja abseits falle kommt natürlich zu abseits falle das kommt spät das tor habe ich so das gefühl meine spieler sind so nach und nach alle verletzt abseits da hat mal was funktioniert fünf minuten ja komm also das war ja mal total quatsch wo waren denn beide da selbst der torwart ist nicht mehr hingerannt ja da kann er abpfeifen ende im gelände machen es bringt ja nix abseits abseits falle war ja immer noch eingestellt haben was super funktioniert naja ihr habt gewonnen ich habe falle kackt mach weg 5 23 also 35 aus unserer sicht abbruch multiplikator von 0,46 nummer 0,01 dazu gekommen übrigens gut aber darauf braucht man nicht mehr wir haben keine spiele mehr übrig und wir sind nicht aufgestiegen gut gemacht du hast die klasse gehalten ja du hast 1000 münzen gewonnen wofür bleibst du in der aktuellen liga denn man kann ja schlecht absteigen aus liga 10 ok beim nächsten mal war eine einzel spieler saison machen und danach werden wir das ganze hier nochmal machen ist das ein deal das ist ein deal damit kommen wir ja gut zurecht ok also einzel spieler saison und wenn wir das dann geschafft haben ihr könnt auch immer noch spieler die ihr gerne sehen wollt in die kommentare schreiben dann werde ich ojan bunsch erfüllen hoffentlich ihr seht ja meine münzen da rum gut also bis zum nächsten mal haut rein peil check knopf gedrückt der war gut ne jetzt haut rein ab nein niej wenn